Ich bin vom rechten Pfad abgewichen und bezahlte den Preis dafür. Das Pendel des Karmas schwingt in beide Richtungen. Sie machten aus mir einen Krüppel. Aber wenn du mir hilfst, dann schmiede ich die großartigste Waffe aller Zeiten. Als du ein junger Geist warst, haben wir dich gelehrt, das am Anfang das Wort war. Als die Menschen jedoch das Wort missachteten, waren wir gezwungen, sie mittels Taten zu lehren. Das Qi in deinem Körper fließt durch die zwölf Gefäße und sammelt sich in deinen Dan Tian. Dein dreifacher Erwärmer wandelt alle Partikel in Energie um, Lernt ein Mensch, seinen Atem zu regulieren und sein Qi zu steuern, ist er zu erstaunlichen Taten imstande. Wenn du die Quelle deiner eigenen Energie findest, kannst du diese Energie übertragen und damit Gegenstände mit Leben erfüllen. Dann wirst du mit diesem Gegenstand verschmelzen. Er wird zum Sklaven deines Willens, deines Geistes, deines Qi. Warum bist du wirklich hier? Mein lieber Junge. Gold. Wie geht es deinem Qi jetzt? Das war's! Bis zum nächsten Mal.